Hallo, heute stelle ich euch die Schwanenvase Konturax vor. Schwanenvase, sie ist dem Hals eines Schwanes nachempfunden. Und unsere Glasmacher geben sich hierbei alle Mühe. Der Glaskörper ist in Konturaxform geschnitten. Seht ihr die Streifen da? Dadurch gibt es eine ganz besondere Lichtbrechung. Und eure Blumen werden fantastisch in Szene gesetzt. Wir füllen mit destilliertem Wasser auf, damit die Vase schön sauber bleibt. Und es gibt diesen herrlichen Nebeneffekt, dass im destillierten Wasser die Blumen viel länger halten. Die Vase ist in zwei Größen zu haben. Circa 21 cm und circa 27 cm. Das ist ca. deshalb, weil es ja Handwerkskunst ist, Handwerk, keine Maschinenproduktion. Deswegen gibt es kleine Formunterschiede. Aber das macht es ja gerade aus. Ja, das sieht doch wirklich schick aus. Übrigens findet ihr auf unserer Seite natürlich unter Glasblumen unsere wunderschönen Glasrosen. Man kann nämlich auch mit unseren Glasblumen aufdekorieren. Dann ist man von der Jahreszeit unabhängig. Aber ihr seht ja, unsere Glasvasen, unsere Schwanenvase ist etwas ganz Besonderes und vielfältig einsetzbar. Ich wünsche mir, dass ihr Freude daran habt und sage Tschüss, euer Conny.